Konrad Alexander Friedrich Duden war ein preußisch-deutscher Gymnasiallehrer und trat als Philologe und Lexikograf hervor. Konrad Duden schuf das nach ihm benannte Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache, den Duden, und beeinflusste damit Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich die Entwicklung einer einheitlichen Rechtschreibung im deutschen Sprachraum, Leben. Konrad Duden war Sohn des Gutsbesitzers und Brandweinbrenners Johann Konrad Duden und dessen Frau Julia Geb. Monje Nach seinem Abitur 1846 an dem später nach ihm benannten Konrad Duden Gymnasium in Wesel studierte Konrad Duden vier Semester Geschichte, Germanistik und klassische Philologie an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Dort tat er der Studentenverbindung Germania-Bonn bei. Nach den ersten vier Semestern brach er das Studium, vermutlich aus finanziellen Gründen, ab und nahm Stellen als Hauslehrer in Frankfurt am Main und Italien an, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Sechs Jahre später, 1854, holte er mit besonderer Genehmigung, die ihn aufgrund seiner Hauslehrertätigkeit vom weiteren Studium befreit hatte, das Staatsexamen an der Universität Bonn nach. Im gleichen Jahr promovierte Konrad Duden in Absenzia an der Philosophischen Fakultät der Universität Marburg mit der Dissertation »De Sophocles«. Antigona Die Referenderzeit am Archigymnasium in Soest brach er 1854 ab und nahm eine Hauslehrerstelle in Genua an, von dort hatte er bereits sein Primotionsverfahren in Marburg betrieben. 1859 nach Deutschland zurückgekehrt arbeitete er als Lehrer und im beruflichen Aufstieg als Direktor am Archigymnasium Soest. 1861 heiratete Duden in Messina Adelin Jakob, die er dort 1854 als Tochter des deutschen Konsuls kennengelernt hatte. Aus dieser Ehe gingen sieben Kinder hervor, darunter der bedeutende Chemiker Paul Duden. Einer seiner Enkel war der Mannheimer Wirtschaftsjurist und Rechtslehrer Konrad Duden. 1869 wurde er als Gymnasialdirektor nach Schweiz berufen, wo er die Regeln für das spätere Wörterbuch erarbeitete, weil in Schweiz fränkische, thüringische und sächsische Dialekte zusammentrafen und die Beurteilung der Orthographie eines Schülers davon abhing, in welcher Sprachtradition der jeweilige Lehrer aufgewachsen war. Durch sein Standardwerk hatte Duden insbesondere bildungsfernen Schichten, das Lesen und Schreiben erleichtern wollen. Von 1876 bis 1905 war er Direktor des Königlichen Gymnasiums zu Hersfeld. Hier veröffentlichte er 1880 sein wichtigstes Werk. Vollständiges orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 1905 trat er in den Ruhestand und nahm seinen Alterswohnsitz in Sonnenberg bei Wiesbaden. Er starb dort im Jahr 1911 und wurde auf eigenen Wunsch im Familiengrab in Bad Hersfeld beigesetzt. Bedeutung Duden setzte sich sein Leben lang für die Vereinheitlichung der deutschen Rechtschreibung ein. Im Jahre 1871 veröffentlichte er erstmals in den Jahresberichten des Schleiser Gymnasiums Rechtschreibregeln mit kurzen Erläuterungen unter dem Titel zur deutschen Rechtschreibung. Er folgte dabei dem phonetischen Prinzip Schreibe, wie du sprichst. Diese Schrift, zum Gebrauch in seinem Gymnasium bestimmt, war bald in Fachkreisen sehr bekannt und erschien im Folgejahr im Verlag B. G. Täubner in Leipzig mit dem Titel »Die deutsche Rechtschreibung«, dem Werk war bereits ein Wörterverzeichnis beigegeben. Dieser später sogenannte »Schleiser Duden« beeinflusste die Debatte um die Rechtschreibung in Deutschland maßgeblich und wurde zur Vorlage der folgenden orthografischen Wörterbücher. Duden wurde auch 1876 zur ersten Konferenz zur »Herstellung größerer Einigung« in der deutschen Rechtschreibung eingeladen, die jedoch am Einspruch des Reichskanzlers Otto von Bismarck scheiterte. Das am 7. Juli 1880 im Verlag »Bibliografisches Institut« erschienene Werk »Vollständiges orthografisches Wörterbuch der deutschen Sprache« gilt als »Der Ur-Duden« und enthält 27.000 Stichwörter auf 187 Seiten. Bismarck verbot per Erlass die in den preußischen Schulen gelehrte Orthographie in der Verwaltung anzuwenden. Erst 1901 beschlossen Vertreter der deutschen Bundesstaaten und Österreich-Ungarns auf einer Konferenz in Berlin eine einheitliche deutsche Rechtschreibung auf der Grundlage von Dudens Wörterbuch. 1902 beschloss der deutsche Bundesrat Dudens Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis für alle Bundesstaaten des Deutschen. Reiches als verbindlich Österreich-Ungarn und die Schweiz schlossen sich an. Entsprechend wurde »Schlag im Duden« nach. Ein geflügeltes Wort bei Unsicherheiten in der deutschen Rechtschreibung. Der »Duden« in seiner aktuellen 26. Auflage enthält ca. 140.000 Stichwörter. Nach »Duden« sind sowohl der Konrad-Duden-Preis für Germanisten als auch der Konrad-Duden-Journalisten-Preis benannt. Punkt, 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 Punkt. Werke Die deutsche Rechtschreibung Abhandlung, Regeln und Wörterverzeichnis mit etymologischen Angaben Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten und zur Selbstbelehrung für Gebildete Verlag B.G. Teubner, Leipzig 1872 Anleitung zur Rechtschreibung Zweite Auflage 1878 Vollständiges orthografisches Wörterbuch der deutschen Sprache Nach den neuen preußischen und bayerischen Regeln Verlag des Bibliografischen Instituts Leipzig 1880 Faximile Bibliografisches Institut Mannheim 1980 Orthografischer Wegweiser für das praktische Leben Verzeichnis sämtlicher Deutschen und der meisten Fremdwörter Zahlreicher Eigennamen aus der Geografie und Geschichte So wie viele Personen Namen der Gegenwart In einheitlicher Schreibung Verlag des Bibliografischen Instituts Leipzig 1881 Vollständiges orthografisches Wörterbuch für die Schule Nach den amtlichen Regeln der neuen Orthografie Verlag des Bibliografischen Instituts Leipzig 1882 Etymologie der Neuhochdeutschen Sprache 1893 Orthografisches Wörterverzeichnis Reihemeyers Volksbücher Bibliografisches Institut Leipzig und Wien O.J. Rechtschreibung der Buchdruckereien deutscher Sprache Leipzig Wien 1903 Belege Stefan Alles Eintrag Duden Konrad in Hessische Biografie Abgerufen 27. Dezember 2014 Der Orduden Website des Verlags Bibliografisches Institut 2013 Abgerufen 27. Dezember 2014